Hallo an alle, Judah hier vom Pflegekanal. Willkommen zu einem neuen Video. Kompressionsverbände gehören zur Kompressionstherapie dazu. Und heute wollen wir zeigen, wie ein Pütterverband angelegt wird bei einem Patienten, der im Bett liegt. Dieses Video wird präsentiert von hygienebeauftragter-online.de, der Online-Akademie, wo ihr ganz flexibel eine Ausbildung zum Hygienebeauftragten machen könnt. Auf der Seite www.hygienebeauftragter-online.de findet ihr nützliche Tipps zum Thema Hygiene und könnt euren nächsten Karriere-Schritt als Hygienebeauftragter planen. Mit dem Code Pflegekanal50 bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure Ausbildung. Wie immer erst wird der Patient begrüßt und nach seinem Wohlbefinden gefragt. Was folgt, ist eine Händedesinfektion und danach werden die Einmalhandschuhe angezogen. Einmalhandschuhe werden angezogen, weil so schonend und wirtschaftlich mit den kostenaufwendigen Kompressionsverbänden umgegangen wird. Des Weiteren aus hygienischen Gründen, da der Patient oder die Pflegekraft eine Hauterkrankung oder eine Hautverletzung haben kann. Die folgenden Schritte sind das Informieren des Patienten und das Durchführen einer Hautinspektion. Danach wird die Unterpolsterung angelegt. Die Unterpolsterung dient zum Schutz der Haut vor allergischen Reaktionen auf das Material der Binden und um Hautverletzungen und Druckgeschwüre an den Gelenken und Schienbeinen zu vermeiden. Beim Wickeln sollte der Fuß einen Winkel von 90 Grad haben, damit keine Neigung zum Spitzfuß gefördert wird. Abhängig von der Verordnung des behandelnden Arztes wickeln wir bis zu den Knien, sprich zwei Finger unter den Kniescheiben oder bis ans Gesäß. Jetzt fangen wir mit dem Kompressionsverband an. Auch hier gelten die gleichen Regeln wie bei der Unterpolsterung, mit dem Unterschied, dass die Ferse bedeckt sein muss. Beim Wickeln sollte man den Patienten mit einbeziehen, soweit das möglich ist und nach dem Wohlbefinden fragen, ob die Binde zu locker oder zu fest sitzt. Nun, die erste Binde wird von rechts nach links gelegt und wird erneut so geführt, dass man in den Bindenwinkel schaut. Der Abstand der Überlappungen sollte nicht größer als zwei Finger breit sein. Wir beginnen unterhalb des Großzehengrundgelenks, folgen dem Zehenlauf und fixieren den Bindenanfang mit zwei Kreistouren. Danach über den Fußrücken in Richtung Achillessehne. Die Binde geht über den Außenknöchel einmal um das Sprunggelenk, überkreuzt über den Außenknöchel zur Ferse. Dann über den Fußbalken, Tick unter der Ferse, über den Fußrücken zum Sprunggelenk. Einmal um das Sprunggelenk wird weiter nach oben Richtung Knie gewickelt. Nochmal zur Erinnerung, die Binde wird nah am Bein geführt, aufgerollt, nicht gezogen. Wenn die Rolle vom Körper weggezogen wird, kommt es dazu, dass einige Bindentouren straffer sind als die anderen. Und so kommt es zu Einschnürungen, was zu einer venösen Stauung führen kann. Das wiederum erhöht das Thrombosrisiko. Wenn die Binde verbraucht ist, wird das Ende der Binde mit einem Pflaster fixiert oder man schiebt die Ecke in den gewickelten Verband. Nach dem gleichen Prinzip kommt jetzt der zweite Verband. Nur dieser wird von links nach rechts gewickelt, also in gegenläufiger Richtung. Wenn der Endpunkt erreicht ist, wird der Verband mit einem oder zwei Pflasterstreifen fixiert. Es werden keine Klammern, sprich Schwiegermuttern verwendet, da diese den Patienten verletzen können und dem Verband Schaden zufügen können. Zum Abschluss nochmal nach dem Wohlbefinden fragen, sich verabschieden, die Hände desinfizieren und natürlich alles dokumentieren. Nun nochmal das Wichtigste. Die Binde wird so geführt, dass man in den Bindenwinkel schaut. Die Bindenrolle nah am Bein führen. Sehr wichtig, nicht ziehen, einfach nur aufrollen. Keine Klammern, sprich Schwiegermuttern verwenden. Das ist alles zu diesem Thema. Wenn ihr das Video nutzbar findet, dann schenkt mir bitte ein Like und unterstützt meinen Kanal auf diese Art und Weise. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal.